Übungstutorial im Mountain Climbers. Bei den Mountain Climbers oder auch Bergsteiger genannt, geht es darum, dass wir in einer High Plank Position oder einer Liegestützposition starten, sprich die Bauchmuskeln fest angespannt haben, die Hände sind ungefähr unter den Schultern und wir ziehen die Knie kontrolliert nach vorne. Wichtig ist, dass es keine laufende Bewegung ist, sondern wirklich kontrolliert durch Spannung. Es gibt davon zwei Varianten, die wir noch zur Seite und überkreuz machen und dementsprechend starten wir wieder. In der Liegestütz- oder in der High Plank Position ziehen die Knie nicht nach vorne, sondern nach außen mit einer leichten Bewegung vom Oberkörper zur Seite, Knie zu den Ellbogen oder wir ziehen die Knie überkreuz zu den Ellbogen unter dem Körper hindurch. Das war das Übungstutorial für die Mountain Climbers.